Mein Name ist Dirk Werdermann, 46 Jahre, verheiratet, zwei Kinder. Also die Position des Key Account Managers bedeutet letztendlich die Betreuung von Groß- und Schlüsselkunden. Wir sind mit den Produkten der Bitburger Brau-Gruppe wirklich im Markenranking an einer der obersten Stellen. Das heißt, wir haben Top-Produkte, auf die niemand verzichten kann und die sehr nachgefragt sind. Ich fühle mich in diesem Job sehr wohl, weil man mit vielen Menschen zu tun hat. Ein weiterer wichtiger Grund ist aber auch, dass die Stimmung innerhalb der Kollegen, das heißt im Team, sehr gut ist, dass man seine Arbeitszeit selbst gestalten kann. Des Weiteren ist es so, dass die Bitburger Brau-Gruppe als Arbeitgeber sehr mitarbeiterorientiert ist. Das spiegelt sich auch in der Ausstattung, in der Arbeitsausstattung, was PKWs und EDV und ähnliche Dinge betrifft, wieder. Ich habe Begeisterung gewählt, weil für mich eine Identifikation mit dem Unternehmen und mit den Produkten der Bitburger Brau-Gruppe sehr, sehr wichtig ist. Und es Spaß macht, wenn man seine Begeisterung für die Produkte in den Argumenten an den Mann bringen kann. Und wenn letztendlich der Funke beim Kunden überspringt und man ihn überzeugt hat, dann ist das schon eine schöne Genugzugung, die sich in einem widerspiegelt.